Das war's mit VT. Überlebe. Ich kann die Mission nicht mehr fortsetzen. Aber Sie können es. Nehmen Sie das Zierkid. Es ist Ihre beste Chance zu überleben. Zierkid? Was ist das? Welche Knarren? Was ist das denn? Oh! Ach, das ist dieses Datenmesser. Ich hab das davon schon eins. BTE 27. Vier. Ach, das ist Hackermesser. Jumpp wird initialisiert. Ich kann's nicht bestätigen. Oha! Haben Sie die Koordinaten? Signal verstärken. Ich muss sie erreichen. Commander Briggs, ich habe Coopers Position. Er hat VT-Stattenkerne zuerst. Er muss das Zierkid haben. BT! Cooper! Wie ist euer Status? Cooper! Bitte kommen! Over! Das ist ja eine nice Waffe. BT 7274. Cooper! Bitte kommen! Over! Die hätte ich schon eher gebraucht. Cooper! Hier ist Commander Sarah Briggs. Halten Sie das höchst. Sie müssen zur Brücke einen Klick nörd legen. Sie sind unsere einzige Chance, das Blatt zu wenden. Unsere Flotte nähert sich der Fallwaffe. Wir kommen. Noch ist es nicht vorbei. Die macht ja permanent Headshots. Oh Gott! Überhaupt kein Thema. Wir haben noch einen letzten Vanguard auf Lager. Entferne den Datenkern und bereite ihn für den Titanfall vor. Bam, wir müssen durchdrehen. Okay. Einfach weiter rennen. Einfach weiter. Super! Ihr Titan steht bereit, wenn Sie so weit sind. Vorderrein Titan in der Abruppzone an. Bereit machen für Titanfall. FS 1041. Jetzt steckt er von BT das Ding rein. BT 7274. Geil! BT wie? BT 7274 ist online und kampfbereit. Zeit unsere Mission abzuschließen. Wir schließen unsere Mission jetzt ab. Let's rocken. Wir stürmen die Investionslage der Voltwaffe. Aber das wird nicht reichen, um die Faltwaffe zu stoppen. Sie müssen in Ihren Kontrollraum. Commander Briggs an alle Gepäcksstationen. Unterstützungsfeuer für Cooper und BT. Geben Sie ihnen Deckung. Verstanden. Wird gemacht. Auf den Hügel Cooper. Wir geben Ihnen Feuerschutz. Listet Herr, die Falle ist bestätigen. Degang. Erf하세요. Degang. Feuer, Feuerschutz her! OK. Verstanden. Ich sehe sie. Erfne jetzt das Feuer! Was ist denn gegen die Falle? Listet Herr, die Falle ist Prepare. attraktiv! Feuer! Losere, die Falle ist ab! Feuer! Das Bordsystem aktivieren. Erfasse Ziele! Feuer! Zeit kommt näher! Ich sehe sie! Öffne jetzt das Feuer! Squatch. Ja, dann werden wir nochmal Squatch jetzt eh mal töten. Ich würde ja sagen, du bist ein Anfänger, aber sind das nicht alle Militpiloten? Ja, das ist auch mal der Schützer! Feuersystem! Er holt mich! Der Schwein! Ach, Mann! Ach, Mann! Oh, Mann! Ja, Mann! Cooper, ich greife die IMC mit allem an, was ihr habt. Aber das wird nicht reichen, um die Falkwaffe zu stoppen. Sie müssen in ihren Kontrollraum. Commander Briggs an alle Gefechtsstationen! Unterstützungsfeuer für Cooper und BT! Geben Sie ihnen Deckung! Was dann? Wird gemacht! Auf den Hügelkruppen! Sie geben ihnen Feuer los! Feindheiten zerstören! Erfasse Schiele! Feuer! Feind! Willkommen auf deiner Beerdigung! Ich sehe sie! Öffne jetzt das Feuer! Feindheiten zerstören! Meine Ausbildung wird hier nicht kämpfen! Ziele erfasst! Feuer! Ach so! Das ist ein Powerschuss, der aber quasi... vom Nahen nur funktioniert, ne? Oder irgendwie was. Erfasse Ziele! Feuer! Fallkommen näher! Ich sehe sie! Öffne jetzt das Feuer! Ich sehe sie! So! Hier kommst du nicht vorbei! Ach man, hier komm ich vorbei! Mal sehen, was du da... Feindheit ist so schön! Feindheit ist so schön! Feindheit ist so schön! Feindheit ist so schön! Oh je! Wolltest du das hier überleben? Monster! Wir haben mit Ziele! Feuer! Feind! Wir haben mit Ziele! Wir haben mit Ziele! Endlich! Das ist auch nice! Du bist weg! So! Da haben wir's! Halt! Ja, da kann wieder nie hoch springen, ist klar! Und Titan kann nie hoch springen! Ich meine... Weiter! Nicht schlapp machen! Es dürfte interessant werden! Ich sehe sie! Öffne eben das Feuer! Schaden festgestellt! Schaden festgestellt! Wir holen eine Batterie jetzt gerade! Stockton meldet sich nicht mehr! Lagerbericht! Los! Ihr Captain Landegger von der Rutledge! Die Stockton stürzt ab! Oh, ist denn hier? Das ist ganz schön groß, du! So! Feuer! 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 Wir haben doch schon mehr mit Betracht! Wo ist Scotch? Hä? Ist Gott schon tot? Oh! Feuer frei! Feuer! Feindrecht für Stürm! also die probiert gerade wirklich die geschützt hier kaputt zu machen lebenspunkte das macht es nicht alle das müssen wir sehen uns in der hölle die drei taten zerstört wir brauchen es da wieder jetzt stirb endlich das war das system natürlich die drei taten zerstört Alter geil. Saro Pricks? Oha! Ich bin getroffen. Die Linksgesetzlose auf der Flucht. Freitheiten zerstört. Richtig. Wir orten Blizz und Sloan direkt vor Ihnen. Sie haben die Lade. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die IMC die Fallbuffe aktiviert. Wenn wir versagen, wird der Milizplanet Harmony zerstört. Kommt her! Überhaupt kein Thema. Wer kommt? Kommt doch her, wenn ihr irgendwas wollt. Faltwaffe bereit machen. Initialisiere vorläufige Faltwaffen-Energiesysteme. Aktiviere Zielerfassungs-Responder. Nee, nee, nee. Zielkoordinaten Milizplanet Harmony. Initialisiere Zielerfassungssysteme. Harmony. Koordinaten eingelesen. Hier war ich doch schon mal. Hier war ich doch anfangs von dem... gehen sie jetzt ab jetzt übernehmen meine truppen endlich unternehmen die mal was kein gegner da mache ich umsonst dann komm her zeig mal was du druck hast ich will dich holen stufe zwei der vorbereitung sequenz der zeitwarte abgeschlossen koordinat erfassen report system ich bin schon wieder kritisch Wo ist denn aber die alte eigentlich? Faltwaffe hat Stufe 3, rechne Raumfaltungsprojektion. Faltwaffe nähert sich Stufe 4, Ringimpuls bei 97%. Ich weiß nicht, wie ich mit Rieper klaarkomme. Ich denke mal, relativ gut. Dann bringen wir es hinter uns, Schwachkopf. Die Rieper kannst du ja ganz einfach auskriegsen. Und tschüss. Wir holen es raus. Vorbereitungssequenz abgeschlossen. Die Lade wird eingesetzt. Jetzt äh. Wir holen es raus. Der Rückstoß des Injektors hat meine... Oje, BT ist wieder tot. Versuche, Ocularsysteme wieder herzustellen. Es bleibt gar nicht. Da 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 da. Auf der Gange. So, Gütsysteme werden initialisiert. Ich meine, ich werde nicht erteilt nähert sich. Oh ne. Nee. Heute ist dein Glückstag, du Held. Ich werde dich nicht töten. Ich arbeite nicht umsonst. Aber... Du wirst mich auch nicht töten. Guck mal, Apex steht das drauf. Hier, hast du dir verdienter. Apex! Nicht mein Problem, Arda. Das hätte in meinem Verrat stehen sollen. Ich muss mich mit Leuten treffen, die Geld haben. Eine Apex-Karte. Sehr geil. Aber daran erkennt man halt wieder, dass es halt wirklich von Apex... Also von den Machern von Apex quasi oben ist. Teil von vor und Apex. Fiech, nice. Ich brauche ihre Hilfe. Meine Autonomikärzungssysteme sind offline. Bringen Sie mich zu der Injektor-Einheit. Wir müssen das zusammen machen. Müssen das zusammen machen. Ich würde ihn wieder herstellen. B drücken. Bewegungsverbindung wieder hergestellt. Ihr müsst die Faltwaffe von innen zerstören. Das ist der einzige Weg. Commander Briggens. Ich denke, ich weiß eine Lösung. Exponierter Reaktor-Dok-Dok-Dok-Dok-Dok. In der Lage sein, die Lade im Zentrum der Faltwaffe zu destabilisieren. Upload läuft. Was macht der jetzt? Wir können spüren. Sende Koordinaten für einen Bonus-Schiff-Kräften. Koordinaten erhalten. Wir werden da sein. Aber ich weiß nicht, wie Sie das schaffen wollen. Setzen Sie sich rein? Ach. 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 Ich werde Bt ab. Ich werde Bt ab. Abload läuft. Keine Sorge bitte hier. Ich gehe nirgends wohin. Gibt es einen Weg hier raus? Keine Angst Bt. Ich gehe nirgends wohin. Verstanden Pilot. Protokoll 3. Pilot beschützen. Bt. Was hast du vor? Vertrauen Sie mir. Bt! 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 Das ist ja geil, ey. Da haben sie sich ja ordentlich was einverlassen, ey. Is ja heftig. Hey, Hammer, geil. Diese Jumper Runs, die machen wenigstens Spaß. Ah, hier Briggs. Ja, natürlich. Gebt mich mal, Alter, einfach mal so. Oh, BT ist tot. Oh, es hat die ganze Erde aufgesprengt. Sieht das geil aus. B.T. ist tot, Freunde. Die Zerstörung von Typhon hat den Planeten Harmony gerettet. Die Miliz bezeichnet diesen Planeten als Hauptquartier, aber Millionen anderen nennen ihn Heimat. Commander Briggs sagt, ich komme zum Marauder Corps und kriege einen neuen Typen. Nachdem die Techniker die letzten Spuren meiner Neuralverbindung mit BT entfernt haben. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird, einen neuen Typen zu kriegen. Irgendwie mochte ich den Alpen. Großartige Leistung auf Typhon. Hier ist Pilot Jack Cooper. Melde mich ab. Und somit haben wir die Story durchgespielt, liebe Freunde. Es war ein erfolgreiches Erlebnis, dieses Spiel mal zu spielen. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe euch natürlich auch. Deswegen bedanke ich mich ganz liebend und herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Und hier auch fleißig mitgefiebert habt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil wieder. Oder in der nächsten Serie. Beim anderen Spiel. Bleibt mir gerne treu. Lasst diesen Kanal gerne ein Abo da. Und wenn noch nicht geschehen, liked alle die Videos. Und lasst es mich durch irgendwelche Kommentare oder sowas wissen, ob euch das Spiel allgemein gefallen hat. Oder allgemein diese Serie. Und ob mehr davon kommt. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich bin jetzt raus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020